Aber kannst du dann für unsere Zuhörer dann kurz das Konzept beschreiben, was Lerntyp bedeutet? Ja, was wir in der Didaktik Lerntyp nennen, jeder Mensch lernt unbewusst, bewusst, wird dazu gezwungen, egal, aber lernt. Und es stimmt, dass man nie auslernt. Aber wie effektiv, also man lernt, manchmal effektiver, manchmal weniger effektiv und das, wenn man analysiert, wann und wie hat der Lerner am besten und am effektivsten gelernt, kann man vielleicht herausfinden, was für ein Lerntyp ist. Das heißt, man sagt ja, Kinder können natürlich noch nicht, ganz kleine Kinder können nicht schreiben, aber wenn sie Lieder singen und so, dann lernen sie. Mag sein, aber ob alle Kinder wirklich über Lieder am besten lernen, das ist eine Frage, die man sich stellen kann, aber Kinder diese Frage nicht beantworten können. Aber das sind dann eben die Hörtypen, die, wenn sie etwas erzählt bekommen, wenn sie Lieder hören und singen, dass sie am besten lernen. Aber es gibt natürlich andere, die das, was sie gehört haben, gerne malen. Und wenn sie das Bild anschauen, dann erinnern sie sich auch an das Lied, ohne dass sie das Lied dauernd singen müssen. Ja, das sind dann vielleicht die Sehtypen und das sind auch die, die etwas tun müssen, auch wenn es normalen ist oder wenn sie Wörter unterstreichen oder so, dass sie etwas sehen, dass sie etwas mit den Fingern haptisch anfassen. Also, das sind die verschiedenen Typen. Und dann gibt es eben Schreibtypen, so wie ich denke, ich einer gewesen bin und auch noch bin. Ich mache mir Stichworte. Das ist vielleicht, ja, man kann auch sagen, viele Leute wissen nicht, was sie schreiben sollen. Und das ist vielleicht okay, weil entweder entdeckt man seinen eigenen Lerntyp oder man muss jemanden haben, der einen darauf aufmerksam macht bzw. ein bisschen ein paar Fragen stellt oder Hinweise gibt und sagt, entdecke du doch deinen Lerntyp. Und dann muss man wissen, wie man Notizen macht. Wenn man aber unter Schreiben versteht, wortwörtlich zu schreiben, das hilft nicht viel, denn du kannst sowieso nicht so schnell schreiben, wie jemand redet. Und dann hinterher musst du alles lesen. Das ist sicherlich langweilig. Aber wenn du den Sinn erfassen kannst und wenn du ein paar Worte schreibst, Stichworte schreibst, die dich an das andere erinnern, da ist aber allerdings noch eine Herausforderung. Wenn es jetzt, sagen wir mal, es geht um Sprache. Ich habe die richtigen Stichworte notiert, aber aus den Stichworten wieder den Text herzustellen, muss ich doch die Sprache können. Das heißt, die Stichworte alleine machen mich nicht zu einem Meister der Sprache. Ich muss doch wissen, wie ich mit der Sprache umgehe. Also das sind die verschiedenen Typen und jeder muss sehen, wie er oder sie lernt. Hast du immer noch deine Hefte von der G1 oder G2, als du Deutsch gelernt hattest? Nicht von allen Stufen, aber ich habe schon viele Bücher. Also ich habe einige Französische Hefte, ich habe auch ein paar Deutsch Hefte, ich habe auch von meinem Masters und als ich Biologie studiert habe an der Uni, ich habe verschiedene. Und ich sehe, dass da wahnsinnig viel geschrieben ist. Und wenn du heute mal diese Hefte aufmachst, kannst du trotzdem dann nachvollziehen, was dann eine Seite oder ein Thema, ein Subthema ist? Die sind nicht so geschrieben, dass ich die nur damals verstanden hätte. Ich verstehe immer noch. Die Schrift hat sich wahnsinnig verändert, aber ich weiß, was ich da geschrieben habe. Wenn es möglich wäre, würde ich gerne mal dich darum bitten, für uns, irgendwann nicht heute, so ein Beispiel zu machen, dass wenn es dir okay ist, dass man...